Kinsei, der achtjährige dunkelbraune Hannoveraner Hengst von Contendro for Pleasure Akzent. Kein geringerer als Otto Becker, kommentierte die Parcoursvorstellung des Kinsei anlässlich der Hengstvorstellung in Vechta. Er ist schon beeindruckend, wie das Pferd abfußt, durch den Körper springt, den Sprung macht. Das hat er auf dem Turnier genauso gemacht, wie er das hier jetzt zeigt. Und wie Paul sagt, es gab ein paar Anrufe, also es war auch eine auffällige Runde. Der Sympathikus Kinsei verkörpert das Springpferd der Zukunft. Patent und pfiffig, elastisch und sportiv, mit ganz viel Einstellung und unbedingtem Leistungswillen. Sportlich bewegt sich Kinsei auf sicherer Erfolgsspur. Er war vielfach Sieger in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M, qualifizierte sich 2012 und 2013 zum Bundeschampionat. 2013 war er mit Mandy Gusen Final Vierter im Bundeschampionat der sechsjährigen Springpferde. Im vergangenen Jahr betrat er gerade mal siebenjährig unter der jungen Laura Klapphake internationales Parkett und war unter anderem erfolgreich in Oliver, Hagen, Steinhagen, Donner-Eschingen, Rulle und Damme mehrfach als Sieger in schweren Springprüfungen. Kinsei, das internationale Springpferd für die Zukunft. Erleben Sie hier einen seiner vielbeachtetsten Parcours. Kinsei unter Laura Klapphake beim internationalen Turnier im fürstlich-fürstenbergischen Schlosspark von Donau-Eschingen. Die junge und so erfolgreiche Dame im Sattel, Laura Klapphake, ganz beherzt, wie sie auch hier rangeht. Das ist das, was einfach auch es ausmacht, dass wir das Glück haben, so viele junge Reiter, Juniorinnen hier in unserem Sport, in dem großen Sport schon mit dabei haben. Und da müssen wir einfach auch ganz viel tun, damit das so bleibt, damit wir sie einfach auch frühzeitig an diesen großen Sport heranführen. Das zeigen uns so viele andere Länder und die bestätigen das hier, oder? Meine Güte, das macht Spaß. Laura Klapphake und Kinsei mit jugendlicher Unbekümmertheit und Freude. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Bis zum nächsten Mal.